Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im März mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Begegnung und Partnerschaft sind auch im März für euch großgeschrieben und in eure festen Beziehungen kommt ordentlich frischer Wind. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage, da könnt ihr eure Wunschberatung gleich aussuchen und buchen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Auch im März gibt es bei mir noch mal ein Jahreshoroskop als Buch in der Verlosung zu gewinnen. Noch haben wir den größten Teil des Jahres vor uns und in diesem Buch habt ihr die wichtigsten Daten und Fakten des Jahres in schriftlicher Form vorliegen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne schauen. Welche langfristigen Tendenzen bei euch und auch im März wirken, das habe ich im Jahreshoroskop im ersten Teil ausführlich erklärt. Da könnt ihr dann gegebenenfalls noch mal reinschauen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte direkt auf ihre Sonne empfangen und alle diese Infos könnt ihr natürlich auch im Buch nachschlagen. Bei den langsam laufenden Planeten haben sich nur diese Aspekte ein wenig vorgeschoben. Der Manifestationsaspekt von Saturn wirkt im März direkt auf die Geburtstagskinder vom 30. August bis 2. September und den Kreativaspekt von Lilith empfangen die Geburtstagskinder vom 4. bis 9. September. Sonst bleibt alles wie im Februar und wie im Jahreshoroskop beschrieben. Und das sind eure aktuellen Konstellationen im März. Zu Beginn stehen die Sonne, die Venus und der Merkur und außerdem auch Neptun und Chiron in den Fischen in eurem Partnerhaus und zwar für die zweite und dritte Dekade der Jungfrauen. Das ist sehr günstig für Begegnungen, Geselligkeit und fördert einen angenehmen Austausch mit Menschen, in denen ihr das Gute und das Potenzial erkennt. Der Mars steht immer noch im Schützen in eurem vierten Haus der Familie und bildet noch bis zum 17. März einen stressigen Aspekt für die Geburtstagskinder der dritten Dekade. Ihr müsst also weiterhin mit unruhigen Zeiten bei euch zu Hause rechnen oder vielleicht habt ihr auch Probleme mit Handwerkern oder lauten Mitbewohnern. Der Vollmond in der Nacht zum 2. März könnte euch schlaflose Stunden bereiten, denn er findet in eurem Zeichen statt. Der Mond steht in der Jungfrau und gegenüber eben die Sonne in den Fischen und die ganzen anderen Planeten und das alles bei euch auf der Beziehungsachse. Wenn es gut läuft, habt ihr eine tolle Nacht mit eurem jeweiligen Liebespartner, denn die Sterne zeigen überwiegend harmonische Tendenzen, sowohl für die Jungfraugeborenen in einer festen Beziehung als auch für die, die gerade einen spannenden Flirt angebahnt haben. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr gute Impulse für ein kreatives Projekt erhalten. Insofern ist dieser Vollmond sogar ein Top-Tag für euch. Allerdings kann der Aspekt von Mars auch dafür sorgen, dass ihr den Vollmond nicht recht zu zweit genießen könnt, weil Familienmitglieder anderes mit euch vorhaben. Also schaut schon im Vorfeld, dass ihr zu Vollmond Zeit für euch und euer Vergnügen habt. Auch am Dienstag, den 6. März, haben wir einen Top-Tag, wunderbar für Liebesgeflüster und süße Nachrichten. Aber auch im Zusammensein mit kreativen Freundinnen würdet ihr viele gute Impulse erhalten. Am gleichen Tag wechselt der Merkur das Zeichen und geht in den Widder, gefolgt von der Venus am 7. März. Dieser Übergang kann frischen Wind in eure festen Beziehungen bringen. Bis zum 10. März habt ihr ein paar schöne Tage, um euren Schatz mit einer ausgefallenen Idee zu überraschen oder zu einer neuen Unternehmung anzuregen. Danach bilden die beiden Planeten leider stressige Aspekte für den Rest des Monats und zwar zu den Planeten im Steinbock, die ja eigentlich für euch recht günstig stehen. Das könnte zum Beispiel ein Konflikt sein, weil eine Unternehmung mit einem festen Partner mit euren eigenen Projekten kollidiert. Es kann gut sein, dass ihr euch für euren persönlichen Weg entscheidet und Freiraum braucht. Auch die Lilith erzählt mir das hier und dass darunter die Zweisamkeit in der festen Beziehung leidet. Vielleicht ist es auch ein finanzielles Problem, zum Beispiel weil ihr in eine Sache investieren wollt, aber der Partner oder auch ein Geschäftspartner nicht mitzieht. Egal, wie sich diese Aspekte im März bei euch äußern, im Zweifelsfalle wartet einfach noch ein bisschen ab, denn ab April geht die Venus dann wieder in einen deutlich besseren Aspekt zu eurer Sonne und dann lassen sich diese Dinge auch wieder unter einen Hut bringen. Es lohnt sich deswegen kaum, im März einen Streit anzufangen. Ihr seid doch so umsichtig und könnt gut planen. Vielleicht könnt ihr das einfach aufteilen und Zeiten für euren Schatz reservieren und Zeiten für euch selbst, damit sich das nicht zu sehr ins Gehege kommt. Der Neumond am Samstag, den 17. März, ist sehr interessant für euch, denn er findet in den Fischen statt und damit in eurem Partnerhaus und in Verbindung mit heiler Planet Chiron, der ja von den modernen Astrologen der Jungfrau zugeordnet wird. Ihr könnt diese besondere Energie für verschiedene Themen nutzen. Einmal natürlich, um neue Impulse in Partnerschaftsfragen zu erhalten, aber auch, wenn ihr euch mit den Themen Heilung und Spiritualität beschäftigt, kann dieser Neumond sehr wertvolle Eingebungen für euch bringen. Ihr könnt auch beide Themen verbinden und über Wege zur Heilung von Partnerschaftsproblemen nachdenken. Insofern glaube ich, dass dieser Tag ein Top-Tag für euch ist. Und ebenfalls am 17. März, später am Abend, gibt es für euch einen sehr wichtigen Übergang. Da geht nämlich der Mars ins Zeichen Steinbock und bildet dann für die nächsten sechs Wochen einen sehr guten Aspekt zur Jungfrau Sonne. Er bringt euch Kraft, Schwung und Tatendrang beim Manifestieren. Der Mars wird nach und nach erst Saturn und dann die Lilith und dann den Pluto aktivieren. Das sind sehr intensive und kraftvolle Energien, die glücklicherweise zu eurer Sonne in Harmonie stehen. Aber der Mars ist eben auch die Kraft des Egos und wird euch wahrscheinlich anstacheln, euer eigenes Ding zu verfolgen. Ich finde das ja gar nicht schlecht, denn Jungfraugeborene sind häufig damit beschäftigt, sich um andere zu kümmern. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie mal etwas für sich selbst tun. Das gilt im März zunächst für die erste Dekade des Jungfrauzeichens. Leider bildet der Mars für den Rest des Monats März allerdings ziemlich stressige Aspekte zur Sonne und zu Saturn. Am 20. März um 17.15 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Widder und dann haben wir Frühlingsanfang. Doch die Frühlingsgefühle könnten etwas im Stress untergehen. Am 23. März wird der Merkur rückläufig auch im Zeichen Widder und die Rückläufigkeitsphase dauert dann bis zum 15. April. Alle diese Konstellationen können noch einmal die Probleme verstärken, wo es darum geht, wollt ihr euch für euch selbst und eure persönlichen Anliegen einsetzen, wollt ihr manifestieren und eure Kreativprojekte voranbringen oder wollt ihr euch in eurer festen Partnerschaft einbringen. Und dann müsst ihr das mit etwas diplomatischem Geschick so regeln, dass ihr die Marskräfte bestmöglich nutzen könnt, ohne euren Schatz vor den Kopf zu stoßen. Ihr könnt ja die Ostertage für die Beziehung reservieren. Der zweite Vollmond des Monats fällt auf den Ostersamstag, den 31. März und das kann nochmal ein Schlaglicht auf mögliche Konflikte werfen. Dann heißt es Ruhe bewahren, denn ab Anfang April beruhigt sich die Lage wieder und es wird viel leichter für euch, alles unter einen Hut zu bekommen. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturnprobleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen, dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Schaut doch nochmal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.